Mein Name ist Alexander Wenzin, ich komme aus Wittnau. Mein Beruf ist kaufmännisch angestellt auf der Raiffeisenbank Mittlerintal und ich arbeite an der Front, sodass ich die Kunden bediene. Meine Hobbys sind im Lauringa, ich bin ehrenamtlich tätig, ich leite dort Gruppen, ich fahre gerne Autofahren, ich leite auch gerne leidenschaftlich thailändisch und indonesisch kochen.